Play. Okay. Let's go. So, let's go. Lass mich durch, ey! Ich halt ihn fest. Oh! Überwinde die Hindernisse und renne ins Ziel. Das haben wir schon gemacht, oder? Ja, das haben wir auch geschafft. Oder du halt. Mann, ich bin Pro. Oh nein, du machst mich jetzt zum Pro, okay? Ja, okay. Du bist ja richtig gut in nem Spiel. Hier am Anfang kann man schon runterfallen. Das hab ich dir doch schon gesagt. Das überlebst du. Ach so. Wenn du runterfällst, ist nicht so schlimm. Okay. Let's go. Okay, let's go. Nicht festhalten. Nein! Ich hab den einen festgehalten. Dadurch bin ich nach vorne gekommen. Ich hab Karma kassiert, wenn runtergeschlagen. Ja. Hier musst du immer in der Mitte laufen, wo alle laufen, weil sonst bist du. Hier immer, wo alle laufen. Ja, I know, I know, I know. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schaff das. Bin durch. Nein, 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 die boosten mich weg. Mann, ich komm nicht durch, Mann! Okay, 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 bin durch. Oh Gott. Lass dich nicht hitten von diesen Dingern. Oh, ich hab mich hitten lassen. Ich bin hier auch scheiße. Oh, bist du runtergefallen? Nee, nee, oh, ich... Scheiße, Taller, das sind schon richtig viele so weit vorne. Nee, das schaffst du, komm. Ich bin jetzt im Ziel. Scheiße! Geh doch vor! Nein, Mann, du Wichs! Ah! Wo bist du? Mann, warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ja, ich schaff das noch. Das packst du. Erste Runde geschafft! Let's go! Alter, der eine Wolf hat mich nicht vorgelassen. Die sind schon weitergekommen. Du hast die erste Runde... Oh, ich glaub, es gibt einen Affen im Shop, weil jeder einen Affen benutzt gerade. Die muss ich haben! Ja, ich find meine Tarnung ist eh schon zu krass, weil drei Krone kostet und so, weißt du, die hat nicht jeder. Keine Ahnung, ob drei Krone viel oder wenig sind, weil ich das Spiel... Ja, dafür musst du dreimal gewinnen. ...ne dreiviertel Stunde Spielzeit in dem Spiel haben. Hä, ist bei dir auch schwarz in der Grund beim Laden? Nee. Das war's jetzt. Rollfeld. Oh Gott. Bewege dich zwischen rotierenden Ringen und nicht in den Stein zu fangen. Hast du schon mal gespielt? Nee. Versuch... Die Dinger drehen sich in alle möglichen Richtungen. Ist das schwer? Und es geht. Es kommen ab und zu so Löcher, versuch halt nicht da rein zu fallen. Ansonsten schaffst du's bestimmt easy. Lauf immer hin und her. Ich hab Angst, ich will nicht. Bist du das neben mir? Nee, bist du nicht. Aber da kommst du schnell rein. Lass mich doch durch! Mann! Ich fahr runter. Ich fahr runter. Nein, 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 chill, chill, chill. Bist du runtergefallen? Nein, hab ich nicht. Ja, ich bin da drauf. Ja, let's go. Das geht eh voll schnell meistens. Weil die sich immer gegenseitig runterhauen. Das sind voll die Assis hier in dem Game. Ja, oh, Alter, nein! Lebst du noch? Ja. Oh Gott, ich seh's bei dir. Was machst du? Der hält mich fest, der Hund! Oh. Oh nein, ich komm nicht zu euch, weil die mich blocken. Nein, nein, ich will runter. Scheiße. Oh, ich hab's gesehen. Aber nur weil du gesprungen bist. Ja, ja. Ich muss nie springen, immer nur laufen. Ach Mann, scheiße. Will ich jetzt auch sterben, oder? Nein, ich schau dir zu. Hast du's geschafft? Warum hab ich's nicht? Oh, yes. Weil du springst, du darfst nicht springen. Du musst immer drauf hören, was ich sag. Also, ich bin jetzt nicht grad der größte Pro-Gamer, aber ich hab schon die meisten Maps ab und zu immer öfter gespielt, ja. Glaubst du, ich hol'n Win? Erste Runde heute? Ja. I believe in you. Ne, doch nicht. Sprung-Club. Das hab ich auch noch nie gespielt. Hm, da musst du die ganze Zeit springen und das Grüne wird immer ultra schnell und das Pinke bleibt konstant. Oh, da gibt's so richtig lustige Fail-Videos, bei denen ich auch verdammt, wo so ein Kind springt und dann hängt das so richtig so drüber. Kennst du das? Zehenspitzen, meine falsche Felder und okay, ich kann nicht weiterlesen. Ja, der Boden geht halt, es gibt halt ein, zwei richtige Wege, ich glaub zwei und die musst du halt finden und wenn du einmal runterfällst, spawnst du wieder ganz am Anfang und die anderen sind immer noch vorne und das ist dann immer sau schnell wieder aufzuholen. Ich schau' mal, ob ich hier jetzt einen richtigen Weg gleich finde. Hier, schau' dazu. Oh, die haben schon was. Schau' jetzt, das läuft immer keiner weiter, die rammeln sich jetzt die ganze Zeit immer hin und her. Oha, oha. Alter. Oh mein Gott, Tala. Alter, der hat voll Glück, what the fuck. Er weiß es einfach. Ne, die springen halt immer, weil das eigentlich echt schlau ist. Guck, das sind jetzt schon alle da drüben, ich mach aber mit. Oh, los! Scheiße. Los, jetzt muss ich aber mich beeilen, weil wenn die jetzt weiter sind, kommen die sieben Leute weiter. Komm, Tala. Ah, dicker, block mich doch nicht. Oh! 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 Oh, Alter, die anderen machen ja so hart aggro. Komm, Tala. Okay. Okay, das heißt hier lang. Oh man, es reicht! Jetzt sind sie im Ziel, es kommen nur sieben durch. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, ich kann... Oh! Schnell! Let's gooo! Oh mein Gott, das war ja so knapp. Oh mein Gott. Alter, du hast hier noch richtig reingesneakt. Oh mein Gott, Alter. Warum bist du so gut? Ist das jetzt schon Finale? Hoffentlich kommt dieses Hexagon, Pentagon, was weiß ich. Da habe ich manchmal Glück und manchmal höre ich mich einfach ganz runter. Ich hatte letztens durch drei Löcher auf einmal... Es war ein Loch im Boden, mich hat es komplett durchgeschnackt. Ich habe so ein Insta-Video gesehen, wo jemand so am Anfang runtergefallen ist und alles war voll, aber nur ein Loch war im Ball da und der ist nur dadurch. Ja, das war bei mir, ey. Das ist jetzt Finale. Wenn dich hier ein was trifft, schaffst du es nicht mehr. Oh nein, die Krone. Ah. Du darfst dich nicht einmal treffen lassen. Wenn du es schaffst, ohne dich zu hitten lassen, dann hast du die Krone gewonnen. Okay, komm. Tala. Tala, komm. Aber ich habe immer Pech. Mich trifft immer so ein scheiß gelber Ball. Komm. Guck, ich sehe den schon kaum, wie er mich erzählt hat. Tala. Tala. Ja, Zehner. Das war es schon. Jetzt ist schon vorbei. Ja, jetzt ist schon vorbei, Mann. Guck dir die da vorne an. Guck mal was für einen Lack die da vorne haben und was bei mir ist, Mann. Ach Digga, es ist so schmutz, guck dir die grüne Gurke da vorne an, wie sie sich da durchsneakt, die hässliche... Alter. Ja, und springen kann mein Charakter auch nicht. Nein. Nein, schade. Ach man, aber voll gut geschlagen. What the fuck ist das für ein Charakter? Sie so, oh, ich? Ja, ja. Egal, erste Runde nicht so schlecht. Jetzt kommst du mal mit mir soweit. Bei mir auch nicht. Kommst du mal mit soweit, okay? Alles klar. Dass wir beide im Finale landen. Türenlauf, das schaffst du ja wohl. Da sind wir bis jetzt immer durchgekommen. Mann, weil du es jetzt gesagt hast, werde ich nicht durchkommen. Ich hab nichts gesagt, du hast dich verhört. Hm. Ich hab nichts gesagt. Ich hab gesagt, wir werden diesmal nicht durchkommen. Oh, der Einer hat voll die Geilskin. Oh, ich bin ganz vorne sogar. Hast du es gesehen, diesen schwarz-weißen? Oh, die Pommes finde ich cool. Oh ja, der Schwarzreis ist auch ganz nice. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Tür. Okay, das Gefühl war schlecht. Alle anderen gehen auch bis auf meine. Bei mir gibt es jetzt jede Tür auf 2 von 2. Mann, jetzt, Alter. 2 von 2. Ah, lass mich doch. Oh, Alter, mach das Akko. 3 von 2. Oh, mach das Akko. Guck mal, wo ich bin. 3 von 2. Oh, das war's. Ja, ich bin raus. Ja, ich bin raus. Alter, das macht ja so halt aggressiv. Immer noch Erster. Immer noch Erster. Ja, Tala, ich bin raus, ne? Wie, du bist raus? Nee, bist du nicht? Chill. Alter, Mann. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich war grad erst, als bin ich in dieser ganzen Masse hier drin. Ja, Mann, lass mich. Ah, Mann, Tala. Ja, ich bin raus. Mann, das macht ja so viel Akko. Nein, bist du nicht. 43 Leute, jetzt, lauf. Da bist du da, oder? Ja, dann auch wirklich ganz knapp. Let's go. Oh, die anderen machen einen so sauer in diesem Spiel, Mann. Ja, das nervt auch. Es geht ja nur darum, nicht, dass du irgendwie rausfliegst oder dich irgendwas hittet, sondern, dass sie dich irgendwie festhalten oder die dich wegkicken. Oh, dieser Schwarze sieht irgendwie krass aus. Guck mal, da unten den Schwarzen will ich auch. Mhm. Jetzt werden wir Michael Jackson Beatbox machen. Los. Oha. Das passt. Michael Jackson. Heißt du. Holy shit. Mann ey. Ich bin so auf, ihr müsst mich konzentrieren hier und zur Hau. Mann ey, warum kannst du doch besser als dich? Das hab ich schon einmal gemacht. Aber jetzt sind's nur 20 die durchkommen. Du musst dich beeilen, versuch mit vorne zu bleiben. Einfach immer in die Richtung springen, wo die Pfeile sich innen drehen. Wenn die sich in die komplette andere Richtung drehen, ist auch gut, dann dreh dich in die Richtung mit, weil dann bist du schneller. Ja, Zehner, ich labber hier irgendwas und bin einfach letzter, weil ich... Hallo? Ich bin letzter, ich bin einfach immer noch bei diesen Kreiseln. Immer noch. Echt jetzt? Toller, was? Nein. Ich bin safe raus, ich bin safe raus. Auf jeden Fall bin ich raus. Mann, das macht... Oh, Alter, machen die anderen. Mann, du Hund, Alter! Der hat mich übel zur Seite. Ich bin einfach so raus. Echt? Nein, Toller. Hey, du bist voll weit vorne, du bist weiter vorne als ich. Hä, jetzt echt? Ja. Hä? Ich war ganz hinten, das geht gar nicht. Du bist voll weit vorn. Da bist du raus, Opfer. Spaß. Hey, hier musst du springen, merk dir das. Ja, stimmt. Warte. Boah, diese gelben Bälle, ne? Äh, hallo! Mann, Alter, die anderen machen einen so sauer. Oh mein Gott, das wird bei dir übelst knapp. Bei mir ist es nämlich schon ultra vorne blancher. Bist du durch? Mann, ich komm mich nicht hoch, nee. Äh, du bist, du bist raus. Na, ich bin raus. Mann, das macht mich voll sauer, dieses Dreck. Dreckige Dreck. Dreckiges 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 Dreckiges. Das war's mit dem Video. Ich hab absolut keine... Ich wollte eigentlich heute den Win holen, aber ich hab absolut keine Nerven mehr dafür. Ähm, ja. Tala. Kommt jede Runde ins Finale. Stimmt gar nicht. Ich deinstalliere das Spiel. Ich deinstalliere einfach. Wirklich. Wenn euch das Video gefallen, dann lasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagen Tschödeloo. Tschödeloo. Peace. 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 Peace.